Musik Von der Burg des Heiligen Georg hatten wir sie gesehen, die Brücke des 25. April. Sie wurde 1966 errichtet und unter dem Namen Salazarbrücke feierlich eingeweiht. Nach der Nelkenrevolution vom 25. April 1974 wurde sie in Brücke des 25. April umbenannt. Der 25. April war der Tag der Revolution ohne Blutvergießen. In der Nelkenrevolution hatten die Soldaten Nelken in die Mündung ihrer Gewehre gesteckt, als sie die Revolution gegen die herrschende Diktatur und für ein sofortiges Ende der Kolonialkriege führten. Sie hatten Erfolg. Die 3,2 Kilometer lange Brücke über dem Fluss Tejo verbindet die Stadt Almada, dem Ort, wo die Christusstatue steht, mit dem Lissabonner Stadtteil Alcantara. Im Verlauf des Brückenzuges befindet sich eine 2.278 Meter lange Hängebrücke. Diese ähnelt im Aussehen der Golden Gate Brücke in San Francisco. Wir fahren an der Brücke vorbei und erreichen nach einiger Zeit den Lissabonner Vorort Belem. Der Name Belem ist eine Abkürzung für Bethlehem. Hier steht das Hieronymuskloster. Es ist ein beeindruckendes Gebäude mit einer riesigen Ausdehnung. Ursprünglich stand hier eine Unterkunft für Seefahrer. Heinrich der Seefahrer ließ um 1459 daneben eine Kapelle errichten, in der die Seefahrer beteten, bevor sie zu ihren Entdeckungsfahrten in See stachen. Auch Vasco da Gama trat im Juli 1497 von hier seine Seereise nach Indien an. Nach der Entdeckung des Seeweges kehrte er 1499 zurück. Die Entdeckung dieses Seeweges machte Portugal zur führenden Seefahrernation und brachte aufgrund des Gewürzhandels viel Geld in die Staatskasse. Der seinerzeit regierende König Manuel I. ließ aus diesem Anlass die Klosteranlage Belem bauen, um Macht und Ansehen Portugals zu demonstrieren. Wir blicken jetzt auf das Portal der Klosterkirche Santa Maria de Belem. Eine Fülle von Figuren zieren das Portal. Vor dem Fenster über den Eingangstüren steht Maria mit dem Christuskind. Rechts und links daneben stehen 24 in Stein gemeißelte Heilige und Bischöfe, überdacht von kunstvoll verzierten Baldachin. Links neben der Tür steht der Apostel Petrus mit dem Schlüssel des Himmels. Die Figur zwischen den Türen stellt Heinrich den Seefahrer dar. Wir betreten das Kloster über einen Nebeneingang. Gewidmet ist es dem Heiligen Hieronymus, dem Schutzheiligen des Königs. Bis 1834 lebten Mönche in diesem Kloster. Danach war es ein Waisenhaus. Jetzt befindet sich im Südflügel ein archäologisches und ethnologisches Museum und im Westflügel ein Marienmuseum. Das Kloster und die zugehörige Kirche sind ein Paradebeispiel für den manuelinischen Stil, den Baustil, den König Manuel I. bevorzugte. Dieser Stil ist geprägt vom dekorativen Schmuck, insbesondere an den Fenstern, Portalen und Pfeilern. Aus Stein gehauene Taue, Knoten, Pflanzen und Tiere zieren die Säulen, Decken und Wände. Sehr fein ziseliert sind auch die unzähligen Figuren, welche die Portale schmücken. Am Hauptportal der Kirche hatten wir viele gesehen. Hier in der Kirche blicken wir jetzt auf die reich verzierten Säulen. Jede Säule ist anders gestaltet. Während die meisten Säulen zwar reich verziert, aber glatt gehalten sind, steht hier eine Säule, an der etliche kleine Nischen mit Podesten und Baldachinen zu sehen sind. Es sieht so aus, als ob dort mal heiligen Figuren gestanden haben. Heute sind die Nischen leer. Die Säulen öffnen sich zur Decke hin wie eine Blume. Die Kirche hat auch, wie in jener Zeit, als sie errichtet wurde, üblich, mit Ornamenten und heiligen Bildern gestaltete farbige Kirchenfenster. Einige davon sind sehr hoch. Bei einer geschätzten Breite von ungefähr einem Meter dürfen die Fenster circa vier Meter hoch sein. Man muss den Blick schon Richtung Himmel erheben, um das Fenster in seiner ganzen Herrlichkeit zu erfassen. Hier in der Kirche stehen unter einer Empore die Sarkophage von berühmten portugiesischen Persönlichkeiten. Dort steht der Sarkophag von Vasco da Gama. Er ist sehr aufwendig gestaltet. Jetzt blicken wir auf den Sarkophag von Portugals berühmtesten Dichter, Louis de Camus. In dem Kloster wurden auch viele Könige des Landes beigesetzt. Die Sarkophage von Mitgliedern des Königshauses aus der Linie Arbes stehen beim Hochaltar und in der Nord- und Südkapelle. Die Könige aus dem Hause Arbes regierten von 1383 bis 1580. Fünf Könige, sieben Königinnen und 19 Abkömmlinge aus dem Hause Arbes sind in dieser Kirche beigesetzt. In den von Elefanten getragenen Sarkophagen haben König Manuel I., seine Frau Maria sowie deren Sohn Johann III. und dessen Frau Katharina von Österreich ihre letzte Ruhe gefunden. Wir begeben uns jetzt zum berühmten Kreuzgang des Klosters und kommen am Speisesaal, dem Refektorium, mit seinen wunderschönen Kachelbildern aus dem 17. Jahrhundert vorbei. Jetzt haben wir den Kreuzgang erreicht. Zwei Stoppwerke ist er hoch und die Gänge umrunden eine Fläche von 55 Metern im Quadrat. Es gibt hier kaum eine Fläche oder eine Säule, die nicht reichhaltig verziert ist. Wir schauen uns einige Details an. Es gibt unendlich viele verschiedene kunstvoll gestaltete Verzierungen zu sehen. In der Kürze der uns zur Verfügung stehenden Zeit können wir mal einige betrachten. Es ist faszinierend, was wir hier zu sehen bekommen. Dieser Stil, der manuellenische Stil, den wir hier bewundern, wird als Sonderform der Spätgotik angesehen und ist im Wesentlichen auf Portugal beschränkt. Die dargestellten Elemente enthalten auch maritime Ornamente, wie hier eine Amylasphäre. Das war in der damaligen Zeit ein astronomisches Gerät, das der Darstellung der Bewegung der Himmelskörper diente. Die Darstellungen wurden auch durch die Entdeckung der Seefahrer, wie von Vastu da Gama, inspiriert. Die dort abgebildete Echse könnte ein Seefahrer auf seinen Reisen in die neue Welt gesehen haben. Wir verlassen jetzt das Kloster und schlendern durch den Park vor dem Kloster. Der Park ist nicht besonders auffällig gestaltet, aber in seiner Struktur sehr beruhigend. Musik 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 Dort in der Ferne, auf der anderen Seite des Flusses Tegu, steht der Park auf der anderen Seite des Flusses Tegu, steht auf dem Hügel ein großes Gebäude. Almada können wir auf dem Turm lesen. In diesem Ort steht der Turm. Am Ufer des Tegu kommen wir zunächst an dem Nachbau eines Wasserflugzeuges aus dem Jahre 1922 vorbei. Es ist ein Ausstellungsstück des Maritimen Museums, das sich im Coast dank Behlem befindet. Mit solchen Wasserflugzeugen wurde damals der Südatlantik überquert. Gleich dahinter steht der Turm von Behlem. Dieser Turm wurde auch von König Manuel I. in Auftrag gegeben. Im Jahre 1515 wurde mit dem Bau begonnen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses wurde noch ein zweiter Turm errichtet. Von den Turmen konnten so feindliche Schiffe ins Kreuzfeuer genommen werden, bevor sie den Hafen von Lissabon erreichten. Der Zwillingsturm auf der anderen Seite des Flusses wurde jedoch durch das große Erdbeben von 1755 zerstört und nie wieder aufgebaut. Östlich des Turms von Behlem steht das Denkmal der Entdeckungen. Genau 500 Jahre nach dem Tod von Heinrich dem Seefahrer wurde das Denkmal im Jahr 1960 am Fluss Tegu errichtet. Es soll an das Zeitalter der Entdeckungen im 15. und 16. Jahrhundert erinnern. Dieses war die Zeit, in der Portugal zur führenden Seefahrernation aufstieg und durch den Gewürzhandel reich wurde. Das Denkmal ist 52 Meter hoch und wird auf beiden Seiten von vielen wichtigen Persönlichkeiten aus jener Zeit geziert. An der Spitze steht Heinrich der Seefahrer, der eine Karavelle in den Händen hält. An den Seiten habe ich insgesamt 30 Abbildungen der wichtigen Persönlichkeiten jener Zeit gezählt. Vor dem Denkmal ist im Pflaster eine riesige Windrose zu sehen. Im Zentrum des Windrosenmosaics befindet sich eine Weltkarte. Auf ihr sind die Orte der portugiesischen Entdeckungen verzeichnet. 40 Euro-Neistblsein